Meine Meinung zu den Xenon Brennern Philips 85122 und Osram Xenna Coolblue Intense, jeweils für den D2S Sockel. Die Coolblue Intense sollen ja dafür bekannt sein, weiter heller zu leuchten und auch weiser zu leuchten als Standard Xenon Brenner. In meinem Vergleichsatz hier sieht man, das ist auch tatsächlich der Fall, das heißt, das hier ist auch die gleiche Strecke. Ich habe versucht, das auch ein wenig zu synchronisieren, die beiden Fahrten. Die Kameraeinstellungen sind natürlich identisch. Die Videos selber sind eigentlich schon ein bisschen älter, das habe ich vor drei Jahren mal aufgenommen und verglichen und bisher war das auch auf einem anderen Kanal von mir. Aber ich dachte, das passt hier gut hin und man sieht halt die Philips Standard Brenner, gelbes Licht, nicht so gute Ausleuchtung wie die Osram Xenna Coolblue Intense, die zum einen weiser leuchten, zum anderen nach vorne, nach links und rechts. Noch mehr Licht abgeben, man sieht dadurch mehr und das ist natürlich gerade nachts sehr wichtig, wenn da Tiere wären, Kinder, die haben nachts eigentlich da nichts zu suchen oder irgendwas anderes. Blenden tun sie in meinem Fall nicht negativ den Gegenverkehr, zumindest habe ich da noch nie irgendwelche negativen Erfahrungen sammeln können. Das heißt hier mehr Licht auf der Straße, für mich hat sich das gelohnt und ich setze mittlerweile seit drei Jahren ein.